Digitalisierung, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz. Innovative Technologien revolutionieren nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere Arbeitswelt. Das enorme Potenzial kann jedoch nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn der Mensch weiterhin im Fokus bleibt. Genau hier setzt Akzente 4.0 an. Mit uns entsteht in der Region Aachen eine zentrale Anlaufstelle für die menschengerechte Gestaltung von Arbeit mit digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz. Wir begleiten Unternehmen bei der Einführung neuer Konzepte und der Digitalisierung von Prozessen. Dabei werden individuelle Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigt und gemeinsam passende Lösungen erarbeitet. Unser Kompetenzzentrum bündelt das regionale Know-how aus Wirtschaft und Wissenschaft und fördert den Austausch zwischen Unternehmen und Hochschulen. Wir zeigen Möglichkeiten auf, wie neue Prozesse menschenzentriert gestaltet werden können und begeistern mit konkreten Anwendungsbeispielen. Gleichzeitig bieten wir ein breites Qualifizierungsangebot und spannende Veranstaltungen. Wir werden den Strukturwandel mitgestalten, unsere einzigartige Region als Innovationsstandort weiter stärken und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen unterstützen. Gemeinsam setzen wir Akzente für die Zukunft. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020